Guten Morgen aus Berlin, es ist Mittwoch, der 6. April 2016 um 9.42 Uhr und ich bin seit kurz vor 8, glaube ich, wach. Der Wecker hat halb 9 geklingelt und halb 11 habe ich erst heute Sport. Eigentlich habe ich ja immer so 9.30 Uhr, 10 Uhr mein EMS-Training am Mittwoch und heute ist es aber 10.30 Uhr, weil ich mich einfach zu spät gemeldet habe. Ja, das heißt, ich werde so gegen 10 Uhr hier mit dem Rad losfahren, das Wetter ist ja trotzdem immer noch schön, es ist zwar heute wieder kühler als gestern, gestern war es ja irgendwie 20, 22 Grad und heute sind es, denke ich mal, so um die 15 Grad, aber die Sonne scheint, der Himmel ist blau, wunderbar, um eine Radtour zu machen. Also fahre ich jetzt gleich erstmal zum Sport und dann werde ich, ja, zurück nach Hause fahren, meine Sachen hier abladen und dann ins Büro gehen. Dort wird es heute relativ lang gehen, also bis 18 Uhr bestimmt, denn um 17.30 Uhr habe ich noch ein Meeting, einen Termin, der wird wahrscheinlich nicht oder hoffentlich nicht länger als eine halbe Stunde gehen, aber ja, der steht halt heute an und früher geht es irgendwie nicht und deswegen wird es heute wahrscheinlich ein 6-Stunden-Bürotag, gucken wir mal. Heute Abend steht nichts an, vielleicht mal wieder YouNow anmachen, ich höre von hier und da, ey, Sebastian streamen mal wieder und ja, meine Zeit ist momentan etwas knapp bemessen, deswegen schaffe ich das immer nicht. Und ich werde es aber heute Abend mal probieren, vielleicht auch wieder eine Runde irgendwas spielen oder mich selber vor die Kamera setzen und ein bisschen was erzählen. Wir gucken einfach mal, was der Tag noch so bringt. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Wochenmitte, einen schönen Mittwoch. Lasst es ruhig angehen, genießt die Sonnenstrahlen, auch wenn es ziemlich kühl wieder geworden ist und ich melde mich dann wie gewohnt morgen Vormittag wieder bei euch. Steht morgen Vormittag irgendwas an? Nee, Sport ist erst dann wieder am Freitag. Also dann, einen schönen Tag noch.